Musik Hey und damit herzlich willkommen in einem kurzen Entschuldigungsvideo Also, ihr seht hier schon, das ausgewählte Video ist privat Ich gehe mal auf meinen Videomanager Das 1000er Special Video ist fertig Ihr seht es hier, ihr seht es hier Das 1000er Special Video ist fertig Ich kann es aber momentan nicht hochladen Ich habe ein kleines Problem Und zwar, ähm, das ist es nicht mal Ich habe jetzt schon 2 Liter gelöscht, die ich mit reingebaut hatte Ich wollte einfach mal so ein paar geile Liter reinbasteln Und YouTube hat es mir vollkommen zerpflückt Und jetzt zeige ich euch mal die Stelle hier zum Beispiel Ja, hier würde ich jetzt normalerweise Icy Fire spielen Jetzt ist hier natürlich eine riesige Aufnahme Deswegen auch wegen dem Berg hier so, so Icy Fire, ne Jetzt ist hier natürlich eine riesige Aufnahme, die absolut keinen Sinn mehr ergibt Weil, äh, nichts mehr kommt Und deswegen muss ich das jetzt alles irgendwie abändern Und es wird noch ein Stück dauern Es tut mir leid, liebe Freunde Ich weiß nicht, was ich tun soll Ist alles scheiße Ich habe es aber auf Facebook versucht Das geht auch nicht Also geduldet euch, das Special ist fertig Es kommt bald raus, ich überlege mir noch was Und wenn ich noch ein zweites Video drüber spiele, irgendwie Keine Ahnung Bis denn Ja Ja Nein Nein this es ist es ist Es ist Es ist Es ist